Musik Kürzlich war ich in unserer Stadtverwaltung unterwegs und ich musste in einem Zimmer warten, bis ich dran war. An der Wand hing eine Tafel, wo etwa 20 verlorene Schlüssel und Schlüsselbunde aufgehangen waren. Wahrscheinlich hatten die Besitzer das Suchen aufgegeben. Wahrscheinlich hatte niemand damit gerechnet, hier nachzufragen, um wieder in den Besitz dieses Schlüssels zu kommen. Jeder von uns weiß, wie das Gefühl ist, wenn wir etwas Wichtiges verloren haben oder verlegt haben. Wir setzen alles daran, diesen Gegenstand unbedingt wiederzufinden. Meistens geraten wir in Hetze, in Hektik, in Sorge und Unruhe so lange, bis wir diesen Gegenstand wiedergefunden haben. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann sind wir einfach voller Freude, dass wir ihn wiederhaben, dass das Suchen sich gelohnt hat und dass wir wieder diesen Gegenstand in unserem Besitz haben. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn das Wort Gottes aus unserem Leben verschwinden würde, wenn wir es verlieren würden, verlegt hätten. Wahrscheinlich sagst du, naja, das ist ja nur ein Bibelbuch. Aber ich meine diese Frage noch viel intensiver. Würde es in deinem Leben einen Unterschied machen, ob das Wort Gottes jeden Tag für dich verfügbar wäre? Oder würde es einen Unterschied machen, ob du darauf jederzeit zurückgreifen kannst? Oder würdest du es einfach aufgeben? Jesus hat ganz viele Gleichnisse erzählt, in denen es um das Verlorensein und um das Wiederfinden ging. Er erzählt vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. Und jedes Mal lesen wir auch von dieser heilsamen Freude, wenn etwas wiedergefunden wurde. Wenn du heute sagst, okay, das stimmt, das Wort Gottes ist aus meinem Alltag irgendwie verschwunden. Ich habe es verlegt, es ist nicht mehr so präsent, es ist nicht so wichtig mehr. Dann möchte ich dir sagen, mach dich heute auf die Suche. Schau nach, wie du wieder in diesen Kontakt mit Jesus kommst. Wie du wieder aufholst und deinen inneren Menschen auffrischt. Wie das Wort Gottes wieder zu dir spricht, wo Rema-Worte in dein Leben kommen. Wenn du den Eindruck hast, das Wort Gottes ist so weit weg von mir, dann möchte ich dir eine Bibelstelle sagen. Da heißt es, ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Das Wort Gottes ist nicht weit weg. Du kannst jederzeit darauf zurückgreifen und du kannst in jedem Moment deines Lebens eine Suche starten und der Herr wird sich von dir finden lassen. Denn das Wort Gottes ist wahrhaftig. Es ist ein lebendiges Wort. In einer anderen Bibelstelle lesen wir, denn das Wort Gottes ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Oder Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Das spricht davon, dass das Wort Gottes beständig bleibt. Und das Wort Gottes möchte in deinem Leben, in deinem Alltag jederzeit diese Beständigkeit haben. Der Herr möchte, dass du ganz eng mit ihm über dieses Wort verbunden bist. Und ich wünsche dir, dass das heute ein Rema-Wort für dich ist, dass du dich neu auf die Suche, in diesen Kontakt mit dem Wort Gottes hineinbringst. Dass du nicht einfach sagst, naja, das war mal. Sondern nein, heute ist der Zeitpunkt, wo du ganz neu dieses Wort finden kannst. Wo du ganz neu darin lesen kannst. Wo du wieder neu auf Empfang schalten kannst mit dem, was Gott in deinem Leben sprechen möchte. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!